Servus Leute ich bin Sarjan und zwar ich spiele heute für euch Nasus Fool Creed. Die einen und anderen denken sich jetzt gerade hey der trollt sicher aber nein 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 nicht heute und auch nicht morgen. Das klappt wirklich. Das Ding wird zusammengeschnitten weil ich kein Video posten möchte was über 50 Minuten dauert. Kommt erstens nicht gut drüber und zweitens ich habe auch nicht gerade so über 30.000 Abonnenten oder so dass ich mir sage hey egal es wird sich hier die ein oder andere anschauen deswegen es wird zusammengeschnitten so 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.